Ich gebe Luke Pinyar das Schild, du gibst ihm die Enfible Blades und dann geht's ab. Ja. Ist übrigens nur ein Trainingstrupp oder sowas. Der Berenga hat mich gerade angeschrieben, die üben da jetzt, wollen ein bisschen üben. Ja, das sagen sie immer. Wenn wir wollen, egal wie es ausgeht, wir können nachher auch hier den Attack von Nilfgaard noch spielen. Soll ich checken, gehen Mitte und ihr geht hoch? Nö, wir gehen gleich alle hier Mitte durch. Man kennt das, die Sonne blendet, die Hände sind kalt, der Monitor ist aus. Genau. Wir sind hier oben schon. Jo, da oben, hier. Auf der Main-Bild, ne? Und es laggt. Komm mal hier ran, hier oben. Auf den Nature, auf den Nature. Kriegen wir den Nature hin? Wo ist denn der Lupinjahr denn? Ach, du bist schon hinten, Diggaard, was machst du? Nature, 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 Nature. Ich bin superlange. Wohoho. Hohoho. Alter. Ich nehme mal einen Pot. Macht mal Damage auf den... Ah, den Nature, wieder, Nature, wieder, Nature, wieder. Links Nature. Und beide auf mir halt, ne? Ja. Ah, Leute, ich komme los. Paar ist schon tot. Senke tot. Alle tot. Ist tot. Ist tot. Hier, Pole Hammer, Pole Hammer. Jaja, du kriegst ihn noch. Du kriegst ihn noch. Hat zwei Decks drauf, hast ein Schild drauf. Sollte eigentlich laufen. No, ich bin bei denen jetzt halt reingelaufen. Dann bin ich ja nicht. Idiot, echt. Oh, Tokul. Hat Trank. Tokul hat Trank. Auf Relgok. Relgok. Da lasst du jetzt mal hochfallen, Leute. Kann ich dich jetzt nicht hotten, Alter? Was ist das schön, wie man schafft? Ich muss Mana erregnen. Du bist alleine, Kalle. Naja, passt schon. Kalle kommt durch. Kalle kommt da. Komm mal ran hier, bitte. Wir kommen halt nicht so günstigere. Ja, ja, so gut. So schlimm war es jetzt noch nicht. Out of Mana gerade, aber es läuft eigentlich noch nicht. What? Okay, wer macht deinen Druck? Wer macht deinen Druck? Sollen wir vielleicht einen DD rausnehmen? An und für sich ist es doch nur der Polehammer und der Stun, oder? Sengio, guck mal auf die Map, wo wir sind. Ja, ich komme ja schon. Wenn du uns nicht siehst, bitte M drücken. Dann siehst du die Punkte. Ich komme wieder jetzt. Ja, genau. Auf den Hammer aufpassen, ne? Den einfach wegzlindeln und dann alles gut. Genau. Hast die Blades ready? Ich kann reingehen, wenn du willst. Also, geht los, geht los. Nice. Nature? Nature, nature, nature. Boogie down, boogie down. Okay, nature. Hier den boogie, boogie, boogie. Boogie? Ah, ist weg, ist weg. Der 1 AG hielt, Alter. 1 AG hielt. Okay, wieder regroupen. Man hat schon mal eine, die maneras waren. Wir kommen. So, niemals Sacrifice. So, aber easy. Hier kommt der Hammer-Teil wieder. Laufen wir den hin? Was muss denn? Ich weiß nicht, warum alle zu mir kommen. Warte, weil die sich nicht gesammelt haben. Ich warte nur. Geht er gleich wieder los hier, oder? Jo. Können es ein bisschen zurückziehen, das Ganze. Dann haben wir mehr Platz zum Chasen. Okay, den Wobo, ja? Den Wobo gleich. Also, ihr gebt da ja gleich nachher. Wobo? Wobo? Jo, jo. Geht los, geht los, geht los. Und go. Rückschungspark, und da gleich hinterher. Oh, 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 oh. Krieg, ich krieg, ich krieg, ich krieg. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Hinten. Ich muss den Geheimen, sorry. Ah, ich geht down. Tief, zu tief. Okay, hier. Pullhammer, pullhammer. Nee, 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 nee. Ich dachte nicht. Pullhammer, weiter pullhammer, weiter pullhammer. Nice. Nice, nice, nice. Okay, regroupen. Okay. War ein bisschen zu weit auseinandergespielt gerade. Wir sind ein bisschen mehr dranbleiben. Du hast einen Stun, Karl, ja? Ich hab einen Stun. Okay, komm jetzt mein Punkt 2, auch Curves. Zurück, zurück. Denk den Buffo, denk den Buffo. Kass, ich hab keinen Stun. Ich probier jetzt mal den Sleep aus. Ja. Alter, ein 7er Pferd. Ja, hat sich aus Versehen dabei. Deine Box zurückzubringen. Kass, der Cooler, uns vom Pferd anliegen. Oh, 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 oh. Hier, 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 hier. Alles cool, alles cool. Kermos, Kermos. Kermos. Kermos, weiter, Kermos, 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 Kermos. Kermos killen, bitte. Okay, Kermos hat hochgehalten. Oh, Karl, er laupte nicht außen hier raus, lieber. Alter, für mich war das eine Damagefläche. So, den Bogi, Relgog. Den Bogi, Relgog. Oh, ja, komm. Oh, ähm. Ach, scheiße. Luni, 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 krieg mal Luni. Hab die Finger. Kalli kommt direkt. Kermos, 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 down. Kermos ist down, Kermos ist down. Luni, 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 Luni. Luni, weiter Luni. Luni, 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 Luni. Geh wieder rein, geh wieder rein, geh wieder rein, du tickst hoch. Ah, das war schlicht. Den Godk, komm, zurück. Mach Luni, mach Luni, mach Luni, komm. Ah, scheiße. Hinten, Relgog, Relgog, Relgog. Boah! Wir tappen um, ja? Ich muss ihn mal retten. Ihr kriegt keinen He-Mail jetzt, oder? Ja, ja, ja. Kommt zurück, kommt zurück, wenn ich hier brauche. Das ist scheiße. Viel zu unmobil. Wie steht's um hier? Ja. Kermos, 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 Kermos. Kermos unten, Kermos unten, Kermos unten. Na halt. Kill Kermos. Kasten, 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 Kasten. Ah, fuck. Looney, Looney, Looney. Das ist viel zu unmobil so. Tokul? Ach, scheiße. Oh, fuck mal leid, also. Die Dämms getroffen war da ja noch. Okay, 2 cooldown, 2 cooldown. Oh, seid ihr alle down? Ja, ja, ja. Gotta go. Gotta go. Oh, 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 oh. Don't mess with me. Carsten, nach Möglichkeit, wenn du 10 hast, nicht wieder reinrennen. Ja, ich wollte mal Sachen ausprobieren, anders hätte ich's nicht mehr geschafft. Mal gut. Außerdem war das ein bisschen unerwartet, dass ich mit dem Blink auf einmal auf der anderen Seite bin. Mit dem, mit dem Sleep. Denkt an Barfoot, ne? Oh, 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 oh. Seid ihr alle tot, oder was? Jo, dann gibt's lieber wieder. Oh, Kalle ist auch tot. Nein, Kalle! Niemals! Oh, der Damage-Felter. Schock. Und Tavos sind nicht in die Richtung. Ey, ich wollte den zurückkicken, genau. So, wenn wir gewinnen wollen, müssen wir re-tappen, ne? Ja, ja. Also. Warte, warte, war der selmi-tappt, selmi-tappt, ja? Ich bin hinter den Linien, ne? Kannst du die stunnern? Hallo, ja, 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 ja. Wir brauchen ein Target. Tokul, Tokul, Tokul. Tokul weiter, Tokul. Switch, Luni, 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 Luni. Ich kann grad nicht supporten, kann grad nicht supporten. Er steht da schlecht. Kermos, Kermos. Kermos, immer noch Kermos. Luni down. Nice, wir machen oben Belgog, wir machen Belgog. Nein, Tavos läuft noch nicht so. Hier, mach Kermos, mach Kermos, mach Kermos, mach Kermos. Go, 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 jetzt, komm, go, go, go. Auslösen, sehr gut. Belgog, 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 komm. Nein, nein, 3 mand come on. Nein, 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 nein. Alles gut, alles gut, ich hab dich. Mach den Tank, mach den Tank, mach den Tank, mach den Tank. Mark den Tank, mach den Tank, voll den Tank. Ok, hat cooldowns Tappt eine oben Boah, was Kann eine andere tappen, dass ich bei der Hots verteilen kann? Jaja Ist da eine? Toh cool? Geh zurück, geh nur zu dritt Jaja, ok, weg, weg Oh, ich bin super low in mana Super low in mana Ja, was ein Schlachtfeld Einmal hier Gruppenheilung abholen So Ich kann gleich Speedcaster Achso, du hast die Blades gar nicht mehr Wir machen Kermos, wir machen gleich Kermos Ja, gleich Kermos machen, bitte Ready? Ja Aha, scheiße Ja Ich muss auf Tokul Kein Problem, Kermos jetzt Switch Kermos Ich nerv den Highline Hab dich Senki, hab dich Ok, Luni, ok, Luni Nice Hab dich Lupinera Tokul, Tokul, Tokul Oh, fuck my life Oh, fuck my life Vorsicht, jetzt weiter vorne Ab dich Alter Alter Nice heal Alter Falter Ach, die haben rechts Die haben rechts getappt, die Schweine Nein Was? Back, 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 back Oh, nein, nein, nein Tappt jetzt mal wer Ja, ich kann nicht tappen Ich darf auch gar nicht tappen Ok, jetzt mal oben Nur, dass ich hier mit Hotsfall hatten Alter Haltet ihr den mal auf hier? Kill, 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 jetzt tappen, tappen, tappen Ja, ich geh mal rüber tappen, okay Jo, und wir ziehen uns zurück bei ein Stück, ich bin out of mana Ja, ja Lass sie einfach abhalten, lass sie einfach abhalten, lass sie abhalten Zehn Sekunden lang Ich kann dir immer 3,3 Hots mit geben und aufnehmen Glaub, es kommt einer zu mir rüber von denen Oh, 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 oh V Mon cher Wo, 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 wo Hier Du könnt den Punkt droppen Dropp den Punkt unten Ich hab kein Pod mehr Ich hab schon zwei geused heute Jetzt kommt gleich der Oh nein 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 Hat nen Trank Hat nen Trank Ab dich Carsten Raus aus dem Audi Kann er raus Oh Tokul kommt Ich bin so da Ich hab einfach nichts gerade Ich kann nicht supporten Ich kann nicht supporten Ich hab gleich den Speedcaster Gleich hab ich den Speedcaster ab Brinkt mir nix Ich bin schon dreimal gestorben Oh 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 ne Nein 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 Ich will nicht sterben Nein Nein, verdammt. Oh no. Alter, die bloß am Dings abziehen ist jetzt hier. Du letztes Gear, Jungs. Was? Das muss jetzt aber. Ich bin dreimal schon gestorben. Ja. Was? Ich hab mein Gear noch im Lest dahinten aufgesammelt, noch irgendwas. Wir warten auf Kalle, ja? Ich bin ja da, wir warten auf Kalle. Okay, was macht ihr da zeitlich? Mal gucken. Warum seid ihr schon dreimal gestorben? Weil Opferung und so? Ja, lass top gehen, top. Jo. Kannst du links nochmal abhalten? Dann haben wir eh gewonnen. Kannst du links nochmal abhalten? Ja, einmal noch, davon sterbe ich. Ja, ist vorbei, ist vorbei, ist vorbei. Oder Tabs da nochmal, genau. Ich schalte hier oben ab. Die haben nochmal komplett durchgeloadet. Naja. Alles. Dammit, ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Untertitelung des ZDF, 2020